Willkommen zurück! Showdown auf einer Halo 3 Map! Wow! Bist schon drin? Ja klar. 1 zu 1 will ich sagen. Oh, es gibt sogar, es gibt sogar den Dings, die Energieschilder vor den Fenstern. Da knattert es schon. Hey, wo war dich da festgepackt? Also die müssen aber beide schlecht geschossen, ey. Gibt es hier... Wie, da kann man... Gibt es hier kein Radar? Nein, nein, kein Radar, wow! Ja, come on, Simon, ey. Shit, 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 es schießt! Oh, Simon, durchgefallen. Wie jetzt? Geht doch kaputt! Nein! Als ob du das überlebt hast! Wie lange du noch rumrennst! Scheiße! Das ist ja schlimm! Alter, ich hab gedacht, ich war fertig, aber ne! Ui, was? Wo? Da! Hier in seinem Schleißfahrzeug drin sitzt! Was? Warte, in Verbindung gegen das Viech erstmal? Ja! Was meinst du? Also ich schieß dich nicht ab! Ich schieß dich auch nicht! Simon! Aha! Halt die Backen, ey! Papa, du hast dich weggedreht! Ja! Das wär richtig von hinten erschossen! Alter! Alter! So, hör ich euch nicht schießen! Au! Natürlich kriegt das ab! Aua! Oh! Oh! Jetzt klaut er mir auch noch den Kill! Alter, Simon, ey! Was? Der hat doch schon lange auf mich geschossen und hat nichts geklaut! Ey, also so viel Schaden! Ich hab ihm komplett alles runtergenommen und du kommst dann und wuff, wuff, wuff! Ich hab den Headshot bekommen, der ist von ganz alleine gestorben! Hör auf die gute alte Art erledigt! Aua! Aua! What?! Wie schnell ich jetzt weg war! Oh! Oh! Nein! Das war close! Oh, shit, ey! Mit dem Nadler im Nahkampf ist halt, pff! Ja! Du musst im Prinzip schon angefangen haben zu schießen, bevor du dann im Nahkampf reingehst! Na, guck's mal an! Oh, ist leer! Es reicht nicht! Halt's Maul! Der Sport hat grad wieder! Oder wie? Will ich mich verarsche! Will ich mich verarsche! Will ich mich verarsche! Na! Haben wir hören? Der Sport hat direkt wieder da, wo er mich grad runter geschossen hat! Boah, boah, boah! Taste! Davon erholt sich niemand! Oh, ja! Oh, ja! Oh! Ja, come on! Wie kannst du das überleben, ey? Simon, ey, mal ganz ehrlich! Du hast nicht getroffen! Ja, genau! Mann, den gib mir ne Sekunde! Ah! AAAAAAAA Shit! Jaa hallo ey, geht immer noch mal gut. Man schießt der wieder her da oben runter. Jetzt haben wir denn so ein Ding dritt. Ich bin nicht irgendwo ein Rocket Launcher? Hey, geht das Ding nicht aus dem Gefecht wenn man es trifft mit diesem Rude Ding? Früher schon? Ach man wie bitter ey, ich dachte das funktioniert. Na gut. Ah, ich bin hängen geblieben. Belastend. Ich bin einfach so schlecht grad. Gib ihm mal den, gib ihm. Wo fahr der? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ha 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 ha. Die kleine Kanalratte echt, ja. Ha 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 ha. Joach, du bist der. Du bist der, der fahrstufe, Fabi. Ich fahr. Ha 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 ha. Dann bist du jetzt die kleine Kanalratte. Ja, aber ich bin angenehmere Kanalratte. hat dich jetzt die Explosion gekillt und dann hab ich dich jetzt tatsächlich gekauft? Ne, das Ding ist kaputt gegangen einfach. Ja, du huckst dahinter mit der Sniper, ich verstehe. Ich verstehe! Verstoß! 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 Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Waffen hier liegen, ey. Kommt da wieder von der Anderseite noch einer! Ja, und Simon überlebt natürlich wieder. Du hast gar nicht gesehen, auf wenigstens zuerst ein Border. Da ist es halt. Da ist es halt! Verlassend! Verlassend! Jetzt kommt der genau da raus, oder wie willst du mich verarschen? Was ist denn, was ist denn hier so eine Kugel? Da kommt der Abkörper! Da kommt der Abkörper! Irgendeiner schlägt halt immer, ne? Geflext wird immer! Nein! Ich drück die Anderseite anstatt schlagen! Ich wundere mich, warum nichts passiert! Oh shit! Madi hat die Flinte und ist im Korridor! Madi kam raus! Au! Zu früh! Gibt es hier Takergranaten? Ja, gibt es! Vielleicht hast du welche, du musst umschalten. Ich glaube N oder B oder so. Ruf! Steh ab! Du Elender! Die Madi sitzt jetzt eh da unten in den Katakomfen und hofft, dass einer reingeht, damit er mit der Schwuffel hinterholen kann. Ne, ich hab die Schwuffel nicht mehr. Warte nicht, schieß auf mich! Die Kanalrate ist wieder ohne Tour. Oh! Getackert! Nicht schlecht! Ich habe ihn! Okay! Jetzt wieder jeder für jeden! Oh! Da ist er wieder! Alles klar! Ach! Puh! Je! Hä? Ob ich jetzt Schade herkriege? Ach da! What?! Hast du immer noch die Schwufflinte? Geht ab! Was ist das für eine Waffe? Die kenne ich ja gar nicht! Was ist das für eine Waffe? Ich habe eine neue Waffe geentdeckt. Die kenne ich nicht. Was kann die? Leuchtet sie blau? Die ist sowieso eine schwere MG, aber... Was kann die denn da nicht? Oh no! Ich bin nicht überzeugt! Die Explosionen holt dich. Aua, Aua. Du bist ganz schön stark ey. Ich glaub ich so ne hochkalibrige MG. Ja ich hab dich grad gesehen du Lilikes alter. Oh da hinten. Hab ich grad noch entdeckt ey. Fair enough. Kannst du cold mal denn? Ja ja. Alles gegenseitig cold. Nein. Ach fuck. Du musst wieder die Sniper holen oder? Du musst wieder die Sniper holen oder? Ja. Du hast wieder hinterher geholt Sniper. Ja. Oh Simon, ein Schuss ist übrig. Ja. Tschüss. Oh. Warte nimm mal die Waffe, die ich hab die ist geil. Nee die werde ich nicht. Ich okay. Kann was. Damage. Hat wieder die Schotflinte. Hihihihi. Noch eine Minute. Ah den hast du wieder im Flugzeug. Oh ja. Shit. Voll reingesprunge. Voll reingesprunge. Oh nein. Willst du auch noch mal Mannen? Nein danke. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hold auf. sich immer den kopf viel zu aufregend viel zu aufregend mit sniper simon schiedet mit fahrzeugen die man schiedet mit seiner anwesenheit das hatte also das hätte ich nicht ja ich weiß also aus der aus der ferne sah es richtig gut aus ich dachte der feine schuss weiß und du fliegst einfach tot aus dem karen aber nein naja das ist leider verabschieden wir uns tschüss tschüss